Wir bedanken uns bei den Burghexen Blumberg und bei den Blumenarren Bräunlingen für die Nominierung. Und hier ist unser Beitrag zur Coldwater Challenge 2014. Wenn die Blumberger leiden, dann wackelt es und die Blumberger nachher haben alle keine Form. Der Nachherrott, der Nachherrott, das ist ein gesunder Grut. Die haben es ja nicht wie andere mit, die haben den Schwanz am Ort. Wir nominieren den Musikverein Riböhringen, den Narrenrat Riböhringen und die Wettizunft aus Bela. Mit einem dreibachkräftigen Bergli! Hexe! Bergli! Hexe! Bergli! Hexe! Narren! Rot! Narren! Narren! Bese! Fisch! 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 Ihr habt eine Woche Zeit, um das Video fertigzustellen. Ansonsten kriegen wir ein ganzes Grillfest für euch zahlt. Kleine Hinweise aufs Jubiläum im Januar. Bitte alle anwesend seien. Tschüss! Tschüss!